Wollt's eigentlich nicht machen, aber okay? Okay das? LOL Der war schön Der ist ein fucking Smurfer, ja Leute Weil, guck mal wie er sich noch dreht LOL Wir sind gerade auf dem TS Niemals, Alter Und was die Jungs nicht wissen ist Dass sie jetzt heimlich von mir Aufgenommen werden Und in dem Sinne also geprankt Ich verarsche die Jungs jetzt mal richtig schön Aber noch habe ich Mich auf mute Also sie wissen noch nichts Nein Der war perfekt eigentlich Auch von der Geschwindigkeit her Ich konnte nichts anderes machen Also legen wir los So und was spielt ihr? Rocket League Jo Falscher Controller So Ja Ich bin jetzt auch Rocket League Warte mal versuchen 6-1, was sagste? Ja locker Junge Für unsere Verhältnisse ist das doch gar nichts Ich habe den Ball seitdem nicht mehr berührt Ja Einfach Sperma-Bann Wegen Hacking Wo? Äh Du bei Rocket League Wegen Direkter Sperma-Bann Wegen Hacking Dauerhaft Ja 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 Wie ich dir den vorgelegt habe Ach Scheiße Jetzt habe ich den Weggerutscht Oh der ist meiner Nein Deiner Erstmal wieder in die eigene Hälfte bringen So Spielt ihr beiden alleine Oder wie? Ohne Sinuk No Lief der Oder spielt ihr an Sinuk Ne 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 Siegert euch Aufgabe 7-1 Das wird sowas von hochgeladen Das Ding Ja genau weiste Auf einmal habe ich 1030 Punkte Ne Loll Vorhin hatte ich 2 Tore Darauf erstmal einen keulen Das ist behindert alter Sollen wir Frank dazu holen? Dann spielen wir sie alle selbst mit Watermarking mich ja Ne Ne Denkt er jetzt wieder der wäre gut? Was? Erklär dem mal wie krass wir beide drauf sind Alter ich bin Allstar Ja Und nicht nur das Wir pushen uns gegenseitig sowas von Oh fuck ich wollte nicht Suche machen Du bist doch garantiert Allstar in der Bei jeder Gangbang-Finder Ich krieg die Nachricht Dann spielen wir jetzt gleich mal zusammen Ja Die beiden gegen mich hoops ja Ne Nicht gegen dich Wenn dann nicht Ne 3 gegen 3 mach ich kaum mit eigentlich Dann bin ich auch nur Grand Champion Wenn du mit mir gegen fahrst Ok Oh da geht der Kerl fliegen Dann kann ich in der Zeit noch Piggy machen Ja Fick dich Game dass du Und ich bin Kurt Pinkel Ja Sperma Äh Inkstand Nachrichten sendest Warum höre ich mich doppelt Dennis Keine Ahnung warum du mich doppelt hörst Lieg's an Flo Über Eck Und er haut sich selbst rein Oh mein Gott Da wird's hart Ganz ganz hart So wie der da vom masturbieren Hat nicht lange gedauert Ich hab an Frank gedacht Da ging der gleich mal runter Ach Denkt der Ach der hat da nen Durchhänger Denkt der auf 5 Uhr Denkt der auf 5 Uhr Ich glaub man der hängt da gleich auf 12 Uhr oder Ich würd eher Papa Schlumpf vergewaltigen bevor ich dich ran lass Geht mich genauso aber nur mit Schlumpfine Geht mich genauso aber nur mit Schlumpfine Ja ich bin ja nicht schwul ne Ja Mit schwul für du Ja Papa Junge du fickst lieber Papa Schlumpf alter Ja sorry aber ich steh nicht so auf Geschlechtskrankheiten Na wenn schon blau dann mit Schlumpfine blau Ja Ne blau ist nur ein Zustand Dauernläufer Lolo Weißt du noch wo wir den einen Abend gesoffen haben Naja Naja Alle im Team spieken Naja Bist du hier eigentlich auf MULF Gaming und nicht bei WONDERBOYS Nein Ich bin nicht Ich bin sonst immer bei LUCKYSHOT Ne LUCKYSHOT Warum? Streaming und so Aha Weil der Kerl ein netter Kerl ist Du musst schon da holen sein Ey Ich hab grad zwei Leute gleichzeitig leidig Okay Krass ne Wir haben eine Puff vor der Harte Äh Der Typ hat MULF die Leidigung Warte mal was Ich hab den Leuten immer das nicht Eigentlich sonntags nichts zu erreichen Sonsten werde ich grad angerufen Dich 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 Was ist da los? Lass mal saufen Mhhh 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 Ich sage erst In einer Woche Gestern erst Naja ich bin ja ausregender Kraus Nimm deine Anfrage an Ich hab dezentes Nasenbluten Mhhh Krieg ich auch wenn ich dich seh Mhhh Aber Aber nur Ne Aber nur weil ich dir schon längst eine reingefeffert hab Pfff Trifft mich nicht So was sagst du Wir beide gegen Dingens hier Wie heißt das? Gegen den Unbekannten da Kann man machen Willste ein großes Stadion Oder ein kleines? Das ist doch WUPS Spiel UPS Gegen den? Ja Ne Wir machen zwei Spiele Erstmal so Okay Warte Wir machen Maximum 5 Tore Damit die Niederlage nicht allzu peinlich aussieht oder was? Ja Okay So jetzt wechsle ich noch zu meinem Dominos Was? Ja ich mein wenn wir gegen dich spielen würden Und wir machen das auf 5 Minuten Dann glaub mir steht es locker 6 mal Ja gegen 2 habe ich Alleine habe ich ja auch keine Chance Ich bin ja nicht Chris Aber mich schlecht nenn Na Ja 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 trotzdem Das war ja auf einmal ist trotzdem Irgendwie ein bisschen Handicap mäßig ne Ja Ja und Ups Na deiner ne? Boah Fuck Naja ich war boost toll Als hätte ich das nicht auch schon gegen dich geschafft also Fuck Das war unser erstes Tor Ja logisch Ja Weil die Pferde mit dem schwulen Batman Karo Ja ne Was die überschwungste Hitbox der Welt hat Ja Ja Nein das Batman Karo ist geil Weil jeder wieder mitfährt Jo Klar Ja Jeden der rein Ja so spielen wird die ganze Zeit Ja trotzdem wie gesagt das Tier macht eigentlich gar keinen Sinn Denn du musst predikten Guck mal du spielst Guck mal du spielst du meinen Nini Weil anspielst ohne Scheiß Ja Dann musst du auch denken so okay der kommt wieder zurück Guck mal du hast gerade gegen Flo alleine gespielt eigentlich die letzten 2 Tore aber ja Ja klar Ja ich hab doch gar nichts gemacht Ja klar Nein hast nichts gemacht Standes nur noch daneben Ja eigentlich schon oder Chris? Ach äh Flo? Eigentlich schon Also nicht einmal Ball besitzen Ja kein Wunder soll mal den Eierstock aus seinen Arsch nehmen Ja dann beschwör dich doch nicht dass du voll das Handicap hättest Ist aber so Alter ist das schlecht Alter Du schubst mich schon weg ohne Scheiß Habe ich dich weggeschubst? Ja du haust mich weg Ja Sonst wären der Ball schon dreimal drin Meint der Meint der steht 3-0 alle 3 Tore ich Alle 3 Schüsse ich Deiner Ja Dennis hat mal den Ball Wow Achtung Ah hab ich nicht Schade Kein Info Achtung Boah hat er vorgemacht Der ist drin Sorry mein Fehler Da geht Dennis einmal an den Ball ne Alles gut Ja genau Ja guck und schau mal an den Ball Zeig hoch rum Ja flieg ne Runde Schau mal an den Eigentor Hör auf mit dem Dominos zu spielen Ich bin scheiße damit Hehehe Na ich sag Schieß du was macht er Geht nicht ran Oh scheiße den hab ich nicht Fangen trifft ja beim ersten Mal in Aha Ja er ist das gegen Malerweise mach ich diese Schüsse Instant Da musst du lang Los Hehehe 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 Haha Aha Das will er von der Seite aus kommen Ah Und das läuft nicht Und ich guck noch fröhlich zu Bei Absicht Bei Absicht Na haste Ja Leider nicht Ich will die doch nur trollen Digga was los mit der Ist der den jetzt nicht rein gemacht hat Oh Dennis ganz knapp Deiner Wieso Ganz knapp Wusstest du so kommen Deiner Ja Sorry Du gibst mich halt wieder weg Alter Ja Anders kann er nicht gewinnen weißt du Boah das ist doch so ein schöner Pass Aber ich hab keinen Boost Alter Naja der kommt ja immer noch schön Also von daher Jolla ich spiel grad mit dem Ah schön Ich benutze kaum Boost Ohne Scheiß Ja Muss man auch nicht Kann man aber Alle Nach hinten Ne Vorlage Hauptsache stillen Pass Oh Was macht denn das Pattern Kader Bei Cooper Das war gekommen Hier haste Danke mal Guck mal Zack bleibt stehen und springt so komisch Hab ich ja nicht gedrückt Dauer 4-1 Naja Sollen wir einen Mini dazu holen Dann spiel ich mit Mini Ich weiß wer verliert Naja im Gegensatz zu Spielten Verlieren wir dann aber eher ein halber Ähm warte mal guck mal meine Statistik Fünf Tore für Schüsse Ah ok Easy Easy Digga Hast doch Cheats an Ganz ehrlich Jolla Du mit einem billigen PC kannst niemals so gut sein Jolla Und was machen wir jetzt Weil ich jetzt Körbe Ach nö Wir machen dich Quatsch Ne da bin ich raus Also nö Ich pisse dich alter Ein Basketball Ne Mag ich nicht Na gut dann spiel bald nochmal so gegen dich Ja Basketball spiel ich nicht Das Basketball Spiel ist halt der geilsten Also Rocket League mit Basketball finde ich mega geil Finde auch eigentlich ganz cool aber Ich bin nicht so der Typ der Fliegen kann Müssen wir jetzt ausnutzen Ja Gut dann gibt's die kleine Map mit ordentlich Fliegerei aller Warte Warte Maximum Boost Wuuuui Oder Maximum Boost He Dauerhaft Boost 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 Menge unbegrenzt So und ficken wir ihn aber im Flug Da brauche ich auch nicht extra wieder rückfahren wegen Boost holen Die 5 Schüsse innerhalb von 10 Sekunden Hahahaha Naja du musst ins andere Team Das soll mal gegen Dennis spielen Oder haut Dennis Eis Äh der Floor Eiskeits ab Das soll das ist ja jetzt unser Tor Achso das ist ja jetzt unser Tor Looooool Ich drück ich drück Alter ich drück ihn erstmal komplett weg Das ist dumm Ich steh da und guck wie er einfach über euch selber stolpert Warte mal Kann ich ihn nicht stumm schalten Hahahaha Na gut ein Tor kriegt er immer rein Ich ignorier dich einfach instant Das ist es So drin LOL Jaa er war da halt Ich hab nicht mal was gemacht Auch nicht Willst du gucken wie? Willst du gucken wie? Willst du gucken wie? Guck dir an Alter du musst Naja ich hab nicht Ich hab ja vergessen dass ich gegen 2 Leute spiele Und der eine schlechter ist als der andere Das ist sowieso immer kacke Wenn du so an allen hängen bleibst Frag doch mal Flo wie du dich spielst Du kannst nicht spielen Na das glaubst du Er spielt wirklich deliziös Hahaha Naja Und der Pudding ist weiß Und der Pudding ist weiß Okay wenn dein Pudding weiß ist Dann würd ich mich mal was fragen Aber Naja Berni und Erd ne Alter Mann du Hure Ich mach ihn doch rein Alter Hahahaha Sorry Baby Eifel Eifel Alter Du Hure Dreckdünsten Dreckdünsten Kommt doch Floh an Nö 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 Na Nö Da geht's so rein Schöne Auslage ja ach fahrt weil ich zu lang und weiße man eine Statistik im Arsch zwei Tore drei Schüsse Neustart direktes Reset noch ein Stück na fast nicht willkommen ja ich muss ihn aber damit er wenn er passt aber er defendet lol schade weißt du was das witzige ist? dass du weiter fliegst als der Ball ah ne no piss dich ha 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 weißt du ich mach alles ich mach alles und du triffst nicht lol weißt du der kam perfekt ich flieg noch hinterher weißt du und der ist drin weißt du mein Auto denkst du ja komm den berühren wir noch mal holen wir noch mal ran weißt du war der Frank unter einem Pferd denkst du so ja gut und du du fährst nebenbei und raus raus du spielst mit mir nicht gegen mich ich glaub der hat die Spielregeln noch nicht verstanden direkter Sperma-Bann wegen Unfähigkeit höchst unprofessionell nennst du das wirklich Sperma? nein du musst die verhören ja er lispelt ja er lispelt er lispelt er lispelt der ist wirklich Sperma das war ein Sperma-Ball für mich no lol so haut man den Ball raus Penner ja so aber nicht so wie du vorhin Allah blöder Ball geht doch Allah blöder Ball soll man mal einen Würfel nehmen ja direkter Schieb dann sagst du so blöder Würfel blöder ne so wie so kannst du den ganzen Basketball auf den Puck nehmen ne ja Piss dich meint der ah auto da eh nicht rein ja sofort jetzt sagt er doch hat der schon wieder lass mir mal gegen Dennis ein One on One machen und ich wohne oder gegen sie 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 die syrische Einwandererschaft okay ich gegen Anubis okay komm ich gegen Anubis alleine du guckst du okay du pisse dich aus meinem Team Wichser nochmal ich spiele mit dir ist hier klar ne ja wir haben 5 Tore Zeit 5 Tore einfach mal rollen und rollen und rollen you see me rolling ah der war gut da kam ich nicht ran der war gut aber du kriegst ja immer ein Tor naja schenkst du mir ne bevor du ernst machst naja hier guck sie an Alter wo aber du denkst ja auch nur so die Panzer schreck direkter Instant Eisprung mit Schimmel Sperma vom Flo und voll nach hinten geflogen voll durch oh Eismann ich muss los der Eismann ist da Flo fährt ja auch bei dir der Eismann ja halt die Fresse jetzt fährt die Boom Boom also du nervst so mit deinem Eismann ohne Scheiß hast du da jetzt auch mal gemacht nein nein damals hab ich immer gesagt Lukas kick move huiiiiiii war klar dass er den Boom bekommt er hat doch Hexern ich meine der hat non stop boost du auch du Depp nein hab ich nicht hab ich abgestellt ja danke dir bitte aber wenn du musst du wenn du es mal aus Bräußer nicht machen ne einer muss ja die Tore machen ne wenn der Sieg nur bis jo wie er fliegt flup oh 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 mein Gott habe ich direkt nur das muss mit Eisprung nein er kapiert gar nicht dass ich ihn die ganze Zeit verarsche wieso kann es? ja alles cool? ja das ist nicht cool war er nicht ist er nicht sagt der der schlimmer als ich schlimmer ja schlimmer im schlecht sein ja wenigstens bin ich aber in etwas gut selbst und schlecht sein bin ich besser als du meint er das wird so ein Kompliment oder so scheiße denn hab ich knapp verfehlt ja überhaupt noch einen halben Meter ja also aber wenigstens lass ich ihn Tore machen siehste guck einer muss es ja tun ach nein pardon also ein richter Kacklappen bist ja ich wollte eigentlich ein bisschen später springen ich wollte ein bisschen später springen damit wenn der Ball in der Luft ist ne äh später springen sag ich später losfahren weil wenn du den dann berührt hast und der Ball dann ne so gegen das Auto kommt dann fliegt der nämlich instant auf dein Tor zurück sag mal willst du mal zu null verlieren? wieso nur so nur so falls du nochmal nächste Runde magst oder so ne nächste Runde mach ich gegen Dennis erstmal da noch und zack da sind die 5 da sind die 5 ok Flo hast erwürdig verloren in verlieren mhm mhm weiter EZ-Lappen mhm willst du nochmal? ne jetzt erstmal gegen Dennis glaub mir dann kriegst du so die Fresse voll zzzzz glaub mir wir haben 2 Minuten gespielt ist dir das aufgefallen? war sie hier? bei das waren 2 Minuten so instant Eisprung jetzt rechnen wir mal wie ich sie fertig gemacht hätte auf 5 Minuten aber schöner Move Dennis das ist ja immer weg mit der Hackfresse alles wird aus Hack Game 8 Hack sag mal guten Tag warte Dennis warte ne ne hoch ne doch doch der noktisch ist aus bleibt straight in der Mitte wenn er wenn er attackiert also wenn er wenn er wenn dann weg haut straight in der Mitte bleiben mein schönes Auto da macht der eiskalt denn rein die Lackierung zahlst du klar klar wenn er jetzt kann zurück 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 ab ins Tor aufpassen doch ne hey dann mach Ab zum Tor Ja genau, Ab zum Tor Zu seinem Tor, du Dipp Genau Oh lol Boom Kann doch nicht gegen meinen Bruder fallen Ich kann doch nicht gegen meinen Bruder fallen Ich kann doch nicht gegen meinen Bruder fallen Ja komm, Guck mal, wie schön Wer hat hier einen Penner Ich will dann auch noch mal gegen dich an und wissen Aimpot active Frag dir Aimpot Ich hätte nicht mit Voll-Boost spielen sollen Mit was? Ich hätte nicht mit Voll-Boost spielen sollen Danke, danke Okay, läuft Solltet ihr eigentlich helfen? Finger dir erstmal ein, Kollege Ohne bin ich besser Vielleicht solltest du den Controller doch wieder rüber zu Flo schicken Fahr, 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 fahr Ja War es zu spät Zurück Noch ein Stück Kennst du mich doch? Kennst du meine Taktik doch? Ja, ja Angreifen, defenden Angreifen, defenden Das war ein Geld vorne einschmeißen Und der Fall fehlt schon wieder Lassen 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 Steh hier hinten Genieß ein bisschen das Wetter Ist ja so schön am Regnen Ja komm, im Tor stehen kann jeder Steh doch gar nicht im Tor Irgendfalls nicht hier mal Du bist so ein elendiger Wichser, der auf Konter wartet Das hasse ich Ja, doch mal und halt Ne Klar, deswegen auch 5 zu 1 gegen Dings gewonnen Randa, Randa, Randa Naja, nicht so Oh, springt der nochmal Ich dachte, ich krieg ihn Ab zum Tor Ah Schade Wir sind sehr schnell Ja Hui Los, hau weg Hau weg Zurück Genau Jetzt wieder anspielen Hast du Ah, fuck Uuuuh Easy daneben Nicht springen bei solchen Bällen Mir ist nur Zeit Gar dran Fullboost Zum Tor Oh, schön Jetzt da ist Deiner Weh, du versausten Ich würd's so lachen Dope Mit Troll am Ende Mit Troll Hälte, hälte ein bisschen weniger anspielen sollen Aber Aber jetzt selbst Ja, nur Troll so, ne Du brauchst nicht jeden Boost mitnehmen Achtung nicht auf Boost Du hast Full Boost Ja, ich bache War von Torrichtung an Genau Hoch die Wand Naja, war schöne Richtung Hättest du nicht springen dürfen Das ist das, was ich dir sagte Hat er Hat er Ah, passt gut Nein Kannst ihn doch einfach destroyen, ne Fahr ran Lieber du als er Ja Ja, der war scheiße Nee, der war schon gut Doch Zurück Schön Spring Spring dran Ah, der hättest du dran springen müssen Vollbus Jetzt ab zum Tor Ach, schade Hättest du unten lang fahren müssen Nicht hoch Fuck Zack Zack Lack und Leder rausgeholt Spring ran, einfach Du sollst ihn nicht trollen, Mann Ja, okay Ja, okay Ich glaub langsam Soll ich denn noch weiter helfen Oder schaffst du alleine Kannst du das schon? Ja, Dennis ist von seinem Sieg immer Voll Überzeugt Genau Schön Nein Da hättest du gar nicht mehr rein gehen brauchen Pull zurück Na, hat er Ja Hat er drinnen Wuuuuh Läuft Läuft Läuft, läuft, läuft Weil ich mich mit demselben Trick ausgeträgt So Miiiinii Null, macht jetzt noch das eine Ich will nochmal Dennis auf die Äh Frank auf die Fresse hauen Schön Danke Danke Er wollte Läuft 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 Okay Aber erst nachdem ich Frank auf die Fresse gehauen hab Okay Ja Gut Du schreib ihm nebenbei im Whatsapp, ne? Mir Hä? Mir schreibst du im Whatsapp Nee Dennis Hier mach Sperma Band Ja Alles ich komm mit diesem Perma Boost auch nicht ganz so schlecht Ohne bin ich besser dran Genau aufs Auto Ja Ah Ich dachte er hätte mehr Die waren eigentlich die Chicken Wings Ging Waren nur am Ende ein bisschen scharf Ziemlich krass gewürzt aber ich glaube ich hab nicht Dings genommen, normale, sondern mit Dings Geht doch noch auf der Verpackung Ja, aber hab ich nicht drauf geachtet Deswegen ich hatte die genommen Ich hab nur die Wings gesehen und dachte mir so lecker Ne, ich nehm die von Vasco Also da weiß ich was ich hab Ich hab noch fettige Finger von den Wings Ich hab noch fettige Finger von den Wings Ich hab noch fettige Finger von den Wings Du hast immer fettige Finger Danke Dankeschön Wieso sagst du Danke? Einfach nur so, weil ich Flo seinen Gedanken ausgeführt hab Eigentlich wollte ich den dazu benutzen, dass sich der Ball halt dreht, aber irgendwie hat's nicht viel geklappt Sag mal, hätt ich die anderen Gedanken jetzt noch ausgesprochen, dann wär's gut total fachig gewesen mit dem Nerven Ah, fuck Ich hab den Lappen, kein Problem, mach weiter so Dankeschön Weißt du, er kriegt keinen Sperma-Bahn, sondern er ist ein Ah, komm Flo Wollen mich doch nicht mal anstrengen, aber Ja Guck mal hier, alle Zeit der Welt Ja Perma-Spann, ne? Perma-Spann, also Sperma-Bahn Nein, ich sag dir ja, es gibt keinen Sperma-Bahn bei dir, sondern Perma-Bahn Äh, Perma-Bahn Mein Gott Perma- Ich trinke jetzt was Mein Mund ist vor gut Ja Wie viel Lack hast du denn, du Wichser? Können Habe ich mir für 2,50 Euro bei einem Kiosk gekauft Hat er einen? Oder hat er einen nicht? Ah, ne Und das nicht Hahahaha 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 Und Da kommt der nochmal mit dem Auto da ran Du weißt, dass es gewollt war, oder? Naja, klar Ja, guck mal, du drückst mich die ganze Zeit Ich schieb dich nicht für uns sonst so hin Was? Auf zu einfach mal machen lassen immer ich bin immer noch der besten vorlagen geberne geil warm so jetzt mit einstellungen mutatoren stellung noch mal normal ist direkt auf so fünf tor ist maximal naja ich bin jetzt aber wieder weg aber jetzt hat der ab